In den letzten viereinhalb Jahren habe ich knapp 300 Videos für euch rund um das Thema Peer-to-Peer-Kredite veröffentlicht, darunter sehr viele kritische und teilweise auch sehr aufwendig recherchierte Beiträge, wo sicherlich jedem von euch klar sein sollte, dass man sich mit so einem Ansatz, wo man den Finger auch ganz gerne mal in die Wunde legt, nicht unbedingt nur Freunde macht. Eine Plattform, die scheint sich jetzt von meiner Berichterstattung, von meiner kritischen Berichterstattung sehr stark angegriffen zu fühlen, weswegen ich in dieser Woche einen Brief von einem Anwalt bekommen habe, der mich jetzt dazu auffordert, bestimmte Aussagen bzw. bestimmte Textpassagen zu korrigieren bzw. zu entfernen. Um welche Plattform es dabei geht, was mir ganz konkret vorgeworfen wird und wie ich jetzt auch darauf reagieren werde, darüber spreche ich nach dem Intro. Seid gegrüßt meine lieben Privatanlegerfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir erneut und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal auf diesem YouTube-Kanal über die in Kroatien firmierte Plattform Hive5, eine relativ neue Plattform, zu der ich mich erst Ende April sehr ausführlich in einer 360-Grad-Analyse geäußert hatte. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, dann schaut euch dieses Video hier unbedingt nochmal an, bevor ich womöglich dazu gezwungen werde, dieses Video vom Kanal zu entfernen. Für diejenigen, die das Video noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben, der Grundhinnor des Videos zielte darauf ab, dass es sich bei Hive5 um eine sehr neue, junge und auch eine sehr unerfahrene Peer-to-Peer-Plattform handelt, wo es aus meiner Sicht aktuell keinen erkennbaren Mehrwert gibt, warum Anleger hier bei dieser Plattform investieren sollten. Was mir bei der Recherche aber besonders negativ aufgestoßen und auch aufgefallen ist, sind die Verstrickungen mit Huasas Rupsis und dessen Wirken bei der Plattform Credon. An dieser Stelle würde ich sagen, schauen wir uns den Brief einfach mal etwas genauer an, was hier konkret drin steht und was mir auch vorgeworfen wird. Dieser Brief, der kommt von einer Anwaltskanzlei aus Düsseldorf. Ich habe jetzt hier aber mal vorsichtshalber die Kontaktinformationen unkenntlich gemacht. Man weiß ja nie. Und ich kann auch sagen, dass ich am Donnerstag mit einem Anwalt dieser Kanzlei auch persönlich telefoniert habe, weil ich mich dazu einfach mal etwas genauer austauschen wollte, worin jetzt der konkrete Vorwurf besteht, weil das für mich in Teilen nicht so ganz ersichtlich war. Aber die Dialogbereitschaft, die war etwas eingeschränkt, würde ich mal sagen. Also man bevorzugt hier scheinbar den schriftlichen Verkehr. Nun gut, muss man dann auch respektieren. In diesem Brief steht folgendes. Sehr geehrter Herr Neidhardt, wir vertreten die rechtlichen Interessen der High Five Marketplace DOO. Entsprechende Vollmacht wird anwaltlich versichert. Also dieses DOO, nicht wundern, das ist die Rechtsform in Kroatien von der High Five Marketplace. Sie haben an verschiedener Stelle über unsere Mandantin Aussagen getroffen und über vermeintliche Erfahrungen berichtet. Unter anderem unter, und dann wird hier der Link zu meinem Blog aufgeführt, und auch der Link zu dem YouTube-Video, was ich bereits vorhin angesprochen hatte. Hierbei behaupten sie, dass der Herr Huasas Rupsis, Inhaber eines Servicedienstleisters unserer Mandantin, mit einem semiprofessionellen Peer-to-Peer-Scam namens Credon aufgeflogen sei und dieser 50% an der Credon Peer-to-Peer DOO halte. Diese Aussagen verbinden sie so dann mit einer negativen, geschäftsschädigenden Bewertung der Plattform unserer Mandantin und suggerieren eine Verbindung unserer Mandantin zu dem von ihnen behaupteten betrügerischen Machenschaften, in Klammern Scam. Diese Behauptungen sind indes unzutreffend. Einen von ihnen ohne näheren Angaben behaupteten Betrug, in Klammern Scam, durch die Credon Peer-to-Peer DOO hat es in der Zeit, in der Herr Huasas Rupsis an der Credon Peer-to-Peer DOO beteiligt war, nicht gegeben. Erst recht war der Herr Huasas Rupsis nicht in solche Handlungen involviert. Ebenso unzutreffend ist, dass der Herr Huasas Rupsis Geschäftsanteile an der Credon Peer-to-Peer DOO hält. Bereits seit Sommer 2022 ist Herr Huasas Rupsis weder als Gesellschafter, Begünstigter oder Angestellter noch in irgendeiner anderen Weise mit Credon Peer-to-Peer DOO verbunden. Vor diesem Hintergrund dürfen wir sie nun auffordern, unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 12. Juli 2023, die falschen Behauptungen und Darstellungen zu entfernen bzw. richtig zu stellen, sowie die Bewertung unserer Mandantin, soweit sie auf die unzutreffenden Behauptungen gestützt ist, zu korrigieren. Unsere Mandantin, also entweder unser Mandant oder unsere Mandantin behält sich zudem die Geltendmachung weiterer Rechte vor. Ja, das ist der Brief. Ich habe ihn euch, wenn ihr den nochmal ganz von vorne bis hinten durchlesen wollt, ich habe ihn euch auch nochmal in dem High-Five-Erfahrungsbericht auf meinem Blog verlinkt. Den könnt ihr euch dort gerne herunterladen, anschauen, je nachdem und euch das Ganze nochmal durchlesen. Okay, dann ein paar Punkte und auch Gedanken meinerseits zu diesem Brief und auch zu den inhaltlichen Vorwürfen, die hier gemacht werden. Also als erstes möchte ich ganz grundsätzlich sagen, dass ich mich nicht persönlich angegriffen fühle von diesem Brief und dass ich auch diesen Weg vollkommen als legitime achte, wenn man eben keine weitere Möglichkeit des Dialogs mehr sieht. Und das mag für einige jetzt vielleicht überraschend kommen, aber ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass meine Inhalte sehr stark polarisieren können, dass es hier unterschiedliche Meinungen zu meinen Sichtweisen geben kann, weil ich glaube, dass viele der Dinge, die ich bespreche, nicht unbedingt immer auch der Mainstream-Meinung entsprechen müssen. Entsprechend muss ich aber auch mit dem Gegenwind klarkommen und wenn ich eben auch sehr aggressiv meine Meinung nach außen vertrete, ob gerechtfertigt, ungerechtfertigt sei jetzt mal dahingestellt, aber ich muss auf jeden Fall damit leben und auch klarkommen, dass wenn man in den Wald hineinruft, dass dann eben auch ein entsprechendes Echo zurückkommen kann. Und ich mir immer hoffe und auch wünsche, dass ich trotz aller kritischen Sichtweisen, die ich äußere, dass ich immer auch sehr sachlich und fair bleibe und dass es eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hoffe eigentlich immer, dass das auch die Basis für einen konstruktiven Diskurs und einen Dialog ist. Ihr könnt vielleicht, einige der älteren Zuschauer können sich daran erinnern, meine Auseinandersetzung mit Kolja Barkhorn, Aktie mit Kopf, der mir seinerzeit ja diesen Peer-to-Peer-Polizei-Stempel verpasst hat, für den ich ihm auch heute noch sehr dankbar bin, wo ich aber auch inhaltlich gesagt habe, ich bin im Zweifel immer für den Diskurs. Ich bin dafür, dass wir uns mit Argumenten austauschen und dann einfach sehen, wohin dieser Dialog führt. Und das ist eigentlich immer meine Hoffnung, auch mein Ansatz, dass es jetzt nicht dazu kommen muss, dass irgendwo rechtliche Mittel eingeschaltet werden müssen, aber scheinbar sieht sich High Five dazu genötigt, meine Berichterstattung jetzt über diese Art und Weise zu korrigieren. Und dann denke ich, ist das auch ein legitimer Weg, den man als Plattform einschlagen kann. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, ist, dass die engen Verbindungen und diese Verstrickungen, die ich ja auch in meinem Video bemängelt habe, zwischen High Five, Hoasas Rupsis und Kredon, dass diese Verbindungen real sind und dass diese auch ganz klar aus meiner Sicht ein Alarmsignal darstellen. Ich glaube, High Five hätte hier zwei Möglichkeiten gehabt, um auf diesen Inhalt meinerseits zu reagieren. Man hätte sagen können, wir distanzieren uns ganz klar von Kredon, von Hoasas Rupsis und diesem ganzen Kosmos, der aus meiner Sicht sehr zwielichtig erscheint und worauf ich dann auch nochmal eingehen werde. Man hätte sich distanzieren können, man hätte sagen können, wir wollen nur mit wirklich Dienstleistern mit einem sauberen Profil, in Anführungszeichen, zusammenarbeiten und wir nehmen diese Vorwürfe ernst. Oder aber man geht den anderen Weg, den High Five jetzt letztlich gegangen ist und man macht sich quasi zum Anwalt seines Dienstleisters, weil man muss sich das in dem Brief eigentlich mal genauer vorstellen und sich das eigentlich mal überlegen, was hier passiert. Hier werden die anwaltlichen Interessen von High Five Marketplace vertreten, aber die ganzen Anschuldigungen drehen sich ja eigentlich weniger um High Five, sondern vielmehr um Hoasas Rupsis und dessen Wirken bei der Plattform Kredon. Und darum geht es ja letztlich in diesem Brief. Und das zeigt aus meiner Sicht ganz deutlich, dass diese Verbindungen sehr eng sein müssen, dass diese real sind und dass man das auf jeden Fall als Anleger sehr, sehr ernst nehmen sollte, gerade auch betreffend, wenn man jetzt beide Plattformen isoliert, auch für sich als Investment bewerten möchte. Ganz klar, man muss und braucht jetzt auch nicht naiv sein. Ich habe das auch bereits in dem Video zu High Five aufgedeckt. Hoasas Rupsis ist der Patenonkel des Mehrheitsgesellschafters von High Finance, also der Holding Company von der High Five Peer-to-Peer-Plattform. Andrius Rupsis ist quasi, oder Hoasas Rupsis ist der Patenonkel von Andrius Rupsis, der wiederum 65% der Anteile an High Finance hält. Insofern ganz klar, hier die Nibelung treu wird nochmal bewiesen, aber aus meiner Sicht sind das deutliche Alarmsignale, die hier eigentlich nochmal meinen Verdacht bestärken, dass man hier als Anleger sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Dann möchte ich als Drittes auf ein paar inhaltliche Themen aus diesem Brief eingehen. Hier geht es ja aus meiner Sicht im Kern zentral um zwei Themen, nämlich erstens die Rolle von Hoasas Rupsis bei Kredon und zweitens, ob es gerechtfertigt ist, Kredon eine Art Betrug bzw. Scam vorzuwerfen oder nicht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch nicht zu viel vorweggreifen, weil ich momentan noch mitten in der Recherche bin zu meinen Kredon-Ermittlungen. Ich kann so viel schon mal vorweg sagen, das Beweismaterial, was ich bereits jetzt habe, ist sehr, sehr aussagekräftig, sehr, sehr belastend. Ich denke mal, ich werde im Verlauf der nächsten Woche damit fertig sein und dann natürlich auch die Ergebnisse sowohl auf dem Blog als auch hier auf diesem YouTube-Kanal präsentieren. Aber vielleicht eine Sache mal so ein bisschen als Teaser vorweg. Der Tenor, der in diesem Brief angeklungen ist, nämlich dass Hoasas Rupsis eigentlich gar nichts mit den Machenschaften rund um Kredon zu tun habe, dass er dort kein Gesellschafter sei und dass es sehr, sehr weit hergeholt scheint, dass er in irgendeiner Art und Weise dort überhaupt mit dieser Plattform verbunden ist. Die sind sehr, sehr weit hergeholt. Denn es gibt gleich mehrere Online-Quellen, die belegen können, dass Hoasas sowohl der Gesellschafter der lettischen Seager Kredon gewesen ist, die zu Beginn der Kredon-Plattform auch noch in der Fußzeile stand, als auch, und das ist aus meiner Sicht noch viel aussagekräftiger, er auch alleiniger Gesellschafter der litauischen Muttergesellschaft UAB HST Kommunikajos ist, die noch bis heute Eigentümer der kroatischen Kredon Peer-to-Peer-DOO in Kroatien ist. Das bedeutet, dass diese Verbindungen, die ja hier in diesem Schreiben sehr stark angezweifelt werden, weil man einfach sagt, okay, Hoasas ist ja schon seit Sommer 2022 gar nicht mehr bei Kredon, bei der kroatischen Plattform involviert, dass die im Endeffekt ganz großer Mumpit sind. Und jeder, der das ordentlich recherchiert, der wird es auch herausfinden, dass es hier nach wie vor sehr enge Verbindungen gibt und im Zweifel er sogar noch mehr Kontrolle besitzt, als wenn er jetzt nur Gesellschafter der Kredon-Peer-Plattform wäre. Also wenn einem zu 100% sogar die Mutterholding gehört, worüber reden wir hier dann? Auf der anderen Seite ist das Thema offen, okay, welche Machenschaften, mögliche Betrügereien könnten denn jetzt eigentlich bei Kredon im Spiel sein? Was wird dem Unternehmen denn konkret vorgeworfen? Was sind die Anschuldigungen, die mich jetzt auch zu diesen Aussagen haben hinreißen lassen? Da muss ich sagen, da würde ich einfach noch um ein bisschen Geduld bitten, wie bereits angekündigt. Ich finalisiere hier gerade noch die Recherchen. Ich möchte das wirklich erst vollständig abschließen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann bereits in der nächsten Woche dann nochmal darauf eingehen werde und dass es dann eine sehr ausführliche Analyse und Einschätzung zu Kredon geben wird. Also ich bitte hier noch um ein bisschen mehr Geduld. Und ein letzter Punkt, den ich auch noch ansprechen möchte, der betrifft das weitere Vorgehen. Und hier muss ich sagen, dass ich grundsätzlich solche Briefe schon relativ ernst nehme. Ich euch aber versichern kann, dass ich mich davon nicht einschüchtern lassen werde. Ganz im Gegenteil, ich kann euch jetzt schon versichern und garantieren, dass es in Zukunft weitere Videos und auch Inhalte bezüglich High Five und Kredon geben wird, bis hier wirklich alle Geschichten auf dem Tisch gelandet sind. Und da kommt ihr ins Spiel, denn ich brauche unbedingt eure Unterstützung. Man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, so ein möglicher Rechtsfall, der hier drohen könnte, der kann natürlich auch entsprechende Konsequenzen für mich und für meine Arbeit bedeuten und sei es nur die Ressourcen, die ich eben für so einen Fall aufbringen muss. Deswegen hätte ich zwei Bitten an euch. Die erste wäre, eure Unterstützung, zum Beispiel in Form von ganz einfachen Sachen, Likes, Kommentare, Abos, ist hier extrem wichtig, damit wir einfach eine kritische Masse an Investoren erreichen, die verstehen, dass es hier Plattformen gibt, die anwaltlich gegen eine kritische Berichterstattung von Publishern, von Bloggern, von YouTubern vorgehen und dass es aus meiner Sicht nicht der ideale Weg sein sollte, um solche Kontroversen, um Meinungsverschiedenheiten zu lösen. Und dass man jetzt einzelnen Publishern droht mit anwaltlichen, mit gerichtlichen Mitteln, ist aus meiner persönlichen Sicht und in meinem Weltbild ein Unding. Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, hier Öffentlichkeit herzustellen und dort könnt ihr eben, ich sage jetzt mal, einen kleinen Teil dazu beitragen, indem ihr kommentiert, liked, den Beitrag irgendwo teilt, Leute darauf aufmerksam macht, dass wir hier einfach eine breite Masse an kritischen Investoren erreichen, die dann natürlich aber auch darüber informiert werden, wie bestimmte Plattformen in der Praxis gegen kritische Meinungen vorgehen. Und der zweite Punkt, der geht vielleicht ein Stück weiter, der wird aber auch nicht alle von euch betreffen, wenn es in, ich persönlich, ich bin kein Anwalt, ich weiß nicht, ob solche Aussagen zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise von der Meinungsfreiheit abgedeckt werden, Unterlassungsklagen, was sind hier mögliche Konsequenzen, die hier drohen. Ich bin da kein Experte, das ist nicht mein Rechtsgebiet, aber vielleicht gibt es ja in unserer Community einige Rechtsanwälte, die sich mit solchen Geschichten auskennen und die auch Interesse hätten, mich dabei zu unterstützen, sei es, indem man mir vielleicht ein paar Tipps und Hinweise gibt, vielleicht gibt es Anwälte, die mich bei sowas gerne auch vertreten wollen würden. Also ich bin da wirklich für jede Hilfe auch in dieserlei Hinsicht dankbar. Und deswegen, wenn euch das anspricht, ich blende euch hier mal eine E-Mail-Adresse ein, dann kontaktiert mich gerne. Und wenn ihr da irgendwelche sinnvollen, wertvollen Tipps für mich habt, bin ich da auch sehr, sehr dankbar dafür. Okay, das war es mit dem Video für diese Woche. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit, genießt das gute Wetter und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Woche hoffentlich wieder, wenn es definitiv um Kredon gehen wird. Und da wird einiges auf den Tisch kommen. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.